Die kann nicht verschwunden sein, du brauchst dir im Inventar drauf, die muss irgendwo liegen. Was denn? Gibt's ihm keine Endrucks, die muss hier irgendwo liegen, muss man nur suchen. Die muss irgendwo liegen. Ich weiß, man muss einfach nur suchen. Ich hab die WTF hatte die im Inventar, kann er bezeugen, hab ich ihm gegeben. Ja. Und dann hab ich ihn aus dem Ding getötet, weil du ihn durchgelaufen bist und hab ihn getroffen, also muss hier irgendwo liegen. Ich hab eh gespawnt, witzig. Jetzt hab ich noch ne Research-Mod. So schnell nicht geproben. Echt? Ich krieg ja mal Research-Notes, indem ich da draufklicke. WTF, hast du dir zufällig noch ein Vita? Nein. Oh, ist das scharf. Ja, ja. Soll ich den Push vor meinem Inventar schicken? Was machst du da jetzt, Lenny? Ich such nach meiner scheiß komischen Maschine. Ja, aber baue hier nicht alles ab, du Penis. Das ist eh komische Kabel-Lightings. Ich mach den Scheiß doch. Ah, 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 oh, oh. Der baut hier echt jetzt alles ab. Pff. Was macht der? Verspielte nämlich einfach unter die Erde, wenn, wenn's ein Item ist. Hm. Portet sich dann einfach durch den Boden durch. Machst du, Black. Tschüss, Lenny. Ich hab auch kein Fliegen übrigens, ne? Oh, Centos. Oh, müsst ihr sowas machen, ganz ehrlich. Ey, jetzt hört doch mal mit dem Kack auf. Ich hab jetzt noch zwei Spritzen hier. Ich bin doch nicht euer Bimbo. Ich hab keine Ahnung. Weil wir gehen vor. Wenn du mich spät hast. Hui. Ich hab mich auch mal hingebrotet. Herr Beck, hast du den Weg hier oben zugemacht? Ja, ein bisschen. Warum? Weil Lenny mich erfolgreich hat, hab ich auch keinen Grund. Hört doch mal auf, ganz ehrlich. Er nervt mich einfach nicht bei sowas. Habt ihr noch ein Lied? Ich hab ein Lied. Ja, unten bei mir was. Wo alles geht. WTF, brauchst du noch eine Spritze? Ja. Hier. Oh, die. Danke, lieber Fleer. Ich würde auch gerne eine haben. Ja, kriegst du ja, Holsuse. Mann. Ah, danke. Ich hab meine. Ich hab drei Spritzen, so. Oh, ich hab's aber gleich versucht, sobald mehr durch. Nee. Wahrscheinlich. Okay, jetzt hab ich ganz viele Research-Notes in meinem Inventar. So. Wie komm ich jetzt damit? Hier, Lenny. Arbeit. Hey. Lenny, vorne am Eingang. Oh, wenn jetzt doch irgendeiner heute stirbt, der kriegt keine mehr Pech gehabt. Geht euch irgendwo anders welche kaufen, beim schlechten Dealer. Ehrlich. Ehrlich. Der kriegt keine Ahnung. Der kriegt keine Ahnung. Der kriegt keine Ahnung. Oh. Der kriegt keine Ahnung. Stellt euch manchmal an. Irgendwas wär. Sonst kannst du das Teil nicht wiedercheaten. Ich mein, dass das weggebracht hat. ETF. Nimm keine Enderperlen dafür. Hm. Äh, die Enderperlen sind für den, äh, äh, Reaktor, ne? Nee. Wofür? Für ne, ähm, Enderperlen. Okay. Nimm für den Reaktor, äh, gib mal einen Jellot. Also was geht. Ja, Jelloroy. Ich weiß. Nein. Gib mal das ein, dann findest du sowas, was mit Glisspowder und so gemacht wird. Das ist, wer, das ist das, äh. Ich tu erstmal was Phrasen noch. Ich hab nämlich noch ne PC hier. Da steht das Ding noch. Ja, das hab ich ja gerade, weil ich das gerade auf Boden gefunden hab. Und wer hat das da, wurde hingelegt? Eigentlich war's in der Kiste. Ja. Welche Kiste? BTF war anscheinend zu, ähm, freundlich, ne? Ja. LOL. Warum funktioniert das nicht? Ich hab das erstmal hier oben in die Enderkiste reingelegt und dann wurde das rausgepumpt. Und dann dachte ich mir so, scheiße, das ist ja wirklich nicht mehr da. Und dann so, boah, zum Glück doch noch, Alter. Erstmal ein bisschen ärgern, ne? Ja. Was auch gemeinst du hin? Lenny trollen am Morgen, vertreibt Kummer und schon. Nein, warte, es ist abends. Ich hab auch grad so, äh. Ich hab auch grad so, äh. Ich hab auch grad so, äh, 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 ändert Jess. Und ich so, die ist weg. Und er kommt so, äh. Ich hab schon erwartet so, so. Scheiße. Und der Schreib öffnet so, jo. Ja, ja. Oh, wie er sich aufgeregt hat, ne? Oh ja, das war richtig lustig. Das hat sich gelohnt. Gah! Was war das? Ja, wurde überhaupt gehabt zu tragen. Ja, ich verstehe dieses System. Die, die du bist so behindert, ne? Die, die du bist so behindert, ne? Und dann... Oh Gott. Junge, du kriegst die einfachsten Sachen hin. Wie scheiße, bist du da auf? Ja, ich check dieses Research System noch gar nicht. Mann, das ist voll neu für mich. Er ist einfach zu dumm. Das Alte? Die kennen das Alte. Mit Drücken die ganze Zeit. Und irgendwelche Items da rein klatschen. Das war viel einfacher, als jetzt diese Scheiße hier. Oh Gott, ey. Ach, da brauche ich noch Pyrotechnik. Das ist doch so. Ich bin gerade dabei nie zu researchen. Nimm die Research Note. Ja? Ist okay jetzt, ne? Meine Töte ist so scheiße, ne? Echt? Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das weiter machen soll. Mit dir habt deinen Kopf an und der ist vielfach gesteckt. Och, sagt mir das doch einer, dass ich die... Sagt mir doch einer, dass ich diese Sachen unendlich habe. Ja. Lol. Ehrlich? Lol. Meine Sachen sind wieder weg. Knapsack ist OP. Was ist weg? Knapsack ist wieder weg. Wer ist weg? Knapsack. Oh. Meiner ist immer noch da. Alle meine Sachen dran, OP. Geil. Geil. Finde ich richtig gut. Mh, glaub ich geh. Ja, alle die Sachen wieder weg. Jo. Gefährlich. Oh fuck, ich brauche Blaze Powder. Ey, ich mein Back... äh, mein Knapsack, wenn... hätt ich jetzt Blaze Powder geben können, aber... Eider... Pech, ne? Das ist das dritte oder vierte Mal, dass es einfach weg ist. Warum ist schon wieder alles weg? Alles? Mein Knapsack, alles was ein Knapsack, Knapsack war. Ich sag euch, macht euch diesen normalen Rucksack, diesen fetten Big Pack. Nein. Knapsack, wir haben alle Knapsack. Ich ja, ich hab doch selber einen. Ich hab aber trotzdem einen Knapsack gehabt. Ja. Schon scheiße, ne? 15 Dias ungefähr. Waste down. Yeah, hey. 3 oder 30. Komisch halt. Geil. Ich nehm jetzt mein verficktes Tormometer, ne? Und flieg damit so die halbe Weltgeschichte. Nee. Haha. Ah, ne doch nicht. Oh, das wär jetzt wie noch gewesen. Doch, wieso was diese hässlichen Aura-Notes da? Ja. Ich hab grad gedacht, die Kristalle sind auch weg, aber die waren in meinem Inventur normal. Achso. Ja. Ja, aber das ist echt. Nur bei dir passiert das. Okay. Wow, wenn man ein bisschen Sulfur hat. Jetzt baut er dann noch einen zweiten hin. Was? Ja. Oder soll man sich... Den. Wo? Wenn du dich nicht. Oder sollst du noch einen Blaze? Dann eigentlich oder kann Centos nicht zu Lenny überlegen. Achso, okay. Guck mir jetzt Tutorial dafür an. Warum geht das nicht? Wieso hab ich das Gefühl, hab ich viel zu viel davon gemacht. Weil da vielleicht kein Strom rangeht grad? Ach stimmt, und meine Emel, äh ne, nicht meine Emel. Ja warum die nicht? Weil das nur zu einer Seite rausgeht. Warum? Du musst da einfach noch ne zweite Pipe rübersetzen, fertig. Oh ja, 50 Millionen RF Speicherzelle OP. Anstatt dass du die nur hier rein verbindest, die Pipe, ne? Einfach nur daneben setzen, Vogel. Hast du noch ein bisschen Pyrotierung getast? Äh, weiß ich nicht, ob noch was hier ist. Ja, das geht ja nicht, diese. Ich hab noch vier. Ich brauch noch ein Stück. Die Pipe hab ich gesagt, du Vogel. Nicht deinen komischen Schaukasten da. Okay, zeig mir jetzt bitte wie du das machen willst. Fang! Oh, danke. Nein, Danny? Nein, zeig mir jetzt bitte wie du das tun willst. Das ist meine Piquex. Black. Wo ist meine geile Piquex hin? Nein, mein Lenny. Ey, warte kurz. Weißt du, Mist Lenny? Zurecht. Black ist das zufällig meine Piquex. Gibt's mir jetzt bitte mein Schild? Das ist meine Piquex, die hab ich mir eben gemacht. Hat irgendwer noch so eine zufällig wie Black hat? Irgendwie ist meine weg. Das ist das immer so ein Schilder, wenn ich mich freuen würde. Kann ich nicht klonen. Und von was ist denn das gemacht? Sync. Black gibt's mir das jetzt bitte zurück. Oh, ich hab ein Klima gefunden. Oh, hier müssen doch irgendwo das hässlichen Orbs rumfliegen. Oder ich mein, diese... Äh, Dingenslops. Oh, jetzt hat mir das Black wieder weggenommen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, der nimmt mir die ganze Zeit meine Sache weg. Ja, weil du dich ärgern lässt so schön. Das ist das dumme, ja. Deswegen macht er das so drauf nur. Ganz ehrlich. Irgendwas anderes macht er das ja nicht. Ihr lasst euch so geil ärgern. Ich feier das eigentlich schon. Blank macht nichts falsch. Er macht's so richtig. Was wenn du dich darüber ärgernst, bedeutet das eigentlich nur, dass ich gute Arbeit mache. Gute Arbeit, Mokko. Gute Arbeit, ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Wundervoll, gut, ne, bei dir. Ey, muss ich eigentlich copy now oder copy now? Irgendwie geht das doch nicht. W-Kann mal. Nee, kann man hier aber spawnen? Oder? Ja, es geht aber auch. Oh, da hinten! Jaaaa! Hitler, endlich. Eine Aura, noch. Oh, Hammer. Ja. Jetzt hast du das schon wieder falsch Gib mir deine Energie Ja ich hab die Energie von der Ogonne Vor allem der andere lässt ihn nicht anstießen, aber egal Ja eben, das meine ich doch die ganze Zeit Das ist so gut Lenny Der Reaktor ist aus Der produziert einfach immer noch 40 Helps Ja Adolf Nimmst du eigentlich immer noch auf Centus? Ja klar, das halten auf Sonst wären wir nicht mehr auf dem Server Achso, ich weiß nicht wie ihr das immer regelt Ey wir machen danach meist aus